Köln, es war nur ein kurzer Augenblick in der Live-Show der Profit-Challenge. Doch Massimo Sinatos Worte kommen bei Letztends Moderatorin Viktoria Swarovski nicht gut an, wie man an deren Reaktion merkt. Massimo Sinato irritiert Letztends Moderatorin Viktoria Swarovski. Massimo Sinato, 43, und Valentin Lusin, 37, haben die Letztends Profit-Challenge gewonnen. Was für ein Sieg für das temperamentvolle Tanzpaar, das perlos zusammengeführt wurde. Doch die beliebte Tanzshow geht mit einem Fadenbeigeschmack zu Ende. So haben Massimo Sinato und Valentin Lusin nach ihrem Sieg einen heftigen Shitstorm kassiert, sodass sogar ATL eingreifen musste. Und auch kurz vor der Verkündung des Siegerpaares ist Massimo Sinato ein unbeabsichtigter Fauxpaar unterlaufen, der bei Moderatorin Viktoria Swarovski, 30, alles andere als gut ankam. Viktoria Swarovski reagiert auf unbedachten Spruch von Massimo Sinato. Als die Top 3 noch einmal zum Voten für sie aufriefen, hat sich Massimo Sinato etwas unglücklich ausgedrückt, woß Viktoria Swarovski scheinbar etwas übel aufstieß. Während er Katharina Leonow war, 37, und Paul Lorenz, 37, sich bei jedem Einzelnen bedankten, Insbesondere den anderen Profitänzern, waren Anastasia Sten, 26, und Yevgeny Vino-Kurov, 33, sichtlich gerührt und bedankten sich ebenfalls bei allen Zuschauern. Doch Valentin Lusin und Massimo Sinato wollten sich in erster Linie bei ihren Frauen bedanken und das ging ein bisschen schief. Was als wunderschöne Geste gedacht war, bekam einen kleinen, bitteren Nebengeschmack. Alles begann ganz harmlos als Massimo Sinato, neben seinem Tanzpartner stehend, sagt, ein ganz großer Dank gilt an unsere Frauen, ohne die könnten wir hier heute nicht sein. Die passen auf unsere Kinder auf, die halten uns den Haushalt und den Rücken frei. Ohne euch könnten wir hier nicht stehen, wir lieben euch. Daraufhin kann sich Viktoria Swarovski folgendes nicht verkneifen, den Haushalt also, sagt sie mit zu fiesantem Unterton, der zeigt, dass sie über diesen Kommentar von Massimo Sinato nicht gerade begeistert ist. Schließlich will keine Frau auf den Haushalt reduziert werden. Auch wenn Massimo Sinato sich nichts Böses dabei gedacht hat, sondern seiner Frau Rebecca mir, 32, sogar ein Kompliment machen wollte, wie toll sie zu Hause alles im Griff hat. Wird an der Reaktion von Viktoria Swarovski deutlich, wie manche Aussagen beim anderen Geschlecht nun einmal ankommen. Wird an der Reaktion von Viktoria Swarovski